Ey, zeig mal wie die Gurken schmecken! Ey, suche ich immer gar nicht, ne? Egal, mach mal das! Welches soll ich nehmen? Das ist weiß, das ist weiß, ne? Du, ich schweig kriege ja nicht Schaden, ne? Leute, diese Gurke hat 6 Euro gekostet! Macht das Video viral, bitte! Bitte! Uuuuh! Was ist? Die Nase rein und steckt! Das riecht gut! Nein! Dieses Jahr mal bombastisch! Angst, ich hab Angst, aber... Bismillah! Mh, mh, irgendwie sieht das jetzt gut an! Schmeckt das nicht? Mh, mh! Nein? Ich brauche!